So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die Playstation 4, wo wir jetzt hier gemeinsam mit Arataki Ito auf der Suche nach dem wahren Verbrecher sind. Denn wie es sich herausstellte, war Arataki Ito überhaupt nicht in die Raubüberfälle und in die Entführung verwickelt gewesen. Die die Tenryo-Verwaltung Ina Asak anschreiben. Zuschreiben. Denn wie es sich Asak herausstellte, ist es ein Blauer-Uni gewesen, der die Raubüberfälle und Entführung begangen hatte. Nachdem Daisuke ihn auf die Ungereimtheiten in seiner Geschichte hingewiesen hat, ist Arataki Ito gezwungen, dir zu offenbaren, dass er derzeit handelt, um den Blauen Oni zu schützen. Um die Wahrheit herauszufinden, erklärst du dich bereit, mit Ito noch einmal aufzubrechen. Auf der Suche nach dem Blauen Oni. Zur damaligen Zeit nämlich, waren die Oni, naja, noch nicht so gut, nein, das war jetzt das falsche Wort. Wie können wir das Ganze jetzt noch ein bisschen besser erklären? Zur damaligen Zeit, vor langer, langer Zeit, war Ina Asuma ziemlich gefährlich gewesen. Gefährlicher als in der heutigen Zeit. Und die Oni wurden von den Menschen gefürchtet. Um das, er sagt, zu ändern, haben, er sagt, die Anführer, die beiden Anführer, der Roten und Blauen Oni, einen Plan sich ausgedacht. Die Blauen Oni sollten, er sagt, die Bösewichte spielen. Und die Roten Oni, ja, sollten die Helden sein, die die Blauen Oni vertreiben sollten. Um daraufhin von den Menschen anerkannt zu werden, nicht mehr gefürchtet zu werden, einfach akzeptiert zu werden und den Schutz von Shogun Raiden zu erhalten. Daraufhin war es ja auf jeden Fall so, der Clan der Roten Oni überlebte bis zur heutigen Zeit. Der Clan der Blauen Oni wiederum wurde, er sagt, immer weniger. Aber so, wie es sich ja Saki anhörte, oder wie es sich ja Saki herausstellte im letzten Part, ist es nämlich so, dass der Clan der Blauen Oni doch noch überlebte, noch nicht ausgelöscht worden war. Aber vor allem waren die Blauen Oni besonders stolze Oni gewesen, deren Stolz auf jeden Fall wichtig war. Und die Tatsache, dass ein Blauer Oni Raubüberfälle und Entführungen begann haben soll, das passt nicht so ganz zu den Geschichten, die Arataki Ito kennt über die Blauen Oni, die sich aufopferungsvoll für das Volk der Oni geopfert hatten, auf das sie von den Menschen, naja, akzeptiert wurden. Jedenfalls wollen wir jetzt erstmal die Wahrheit herausfinden und begeben uns jetzt erstmal zu einem Lager der Truppen von Sangonomiya Kokomi, zu einem Lager der Widerstandsbewegung, denn dort soll ein Überlebender, oder besser gesagt, eines der Opfer zu finden sein, die vom Blauen Oni attackiert wurden. Außerdem, wie wir eben schon mal gesehen haben, scheint es jetzt wohl zu sein, dass das der letzte Akt des Legendenauftrages von Arataki Ito ist. Also werden wir dann auch wohl den Blauen Oni in diesem Part konfrontieren können. Oh no, not another one! Oh, uh, yeah. Not the one that robbed you, though, so, uh, chill. I contacted you before, remember? I need your help. Oh, uh, right. Sorry. I'm still a bit on edge after the incident. So anyway, here's what happened. I was just out transporting some goods when a group of Ronin suddenly attacked me. It's not the first time that's happened to me. Usually you just hand over some Mora and they'll leave you alone. At least you don't lose your goods that way. But this time was different. They weren't willing to talk things over. Instead, they took my things and they started coming for me. Huh? That's totally uncalled for! I got down on my knees and begged. Said I had a family to care for and that my business is our only livelihood. Then I saw that there was an Oni among the group. I thought he was going to be the one to finish me off. But instead, he stopped the others and told them to let me go. Hatten sie also eine interne Diskussion? Yeah. That got them all arguing with each other. His cohort said that I was sure to retaliate if they released me. But the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me. Things got real heated. I thought they were going to come to blows. Luckily, they let me escape with my life in the end. And I scrambled to get myself here where I'd be safe. Huh. I never want to set foot outside of here again. So he'll steal, but he won't harm people. Hmm. Seems he has some sort of standards. Did he say why they were robbing you? Surely it was Mora, right? What else could they have wanted with me? I mean, I can't say for sure. It's not like I asked. But what I did hear them say was the goods are worth more than the merchant's life. Or something like that. Ugh, that idiot Oni. Do you have any idea where they went after they robbed you? I have no clue. But I think they're pretty active in the Tatarasuna area. You weren't going to go after them, are you? Seriously, I'd advise against it. There are too many of them and they're all heavily armed. Ah, don't worry. It's just a bunch of no-name scumbags. I got a whole laundry list of scores to settle with them. If these two islands are where they tend to hang around? We're sure to run into them at the Nasuji Beach sooner or later. Na gut. Außerdem haben wir auch noch ziemlich viele Waffen zur Verfügung. Der stolz der Oni. Das hört sich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen nach... naja, Endkapitel an. Aber sicher gehen können wir davon dann nicht ausgehen. Es sieht allerdings nicht danach aus, als wären hier irgendwelche Oni zugegen. oder auch irgendwelche Samurai. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus. Oder gibt es hier einen versteckten Eingang zu einer unterirdischen Basis? Nachdem du an der Weile gewartet hast, tauchen die verdächtigen Leute endlich auf. Hatte da jetzt wirklich einer Hörner? Tja, besiege die Wandern, Samurai. Wenn es weiter nichts ist... Hey, ihr Samurai! Hier bin ich mit dabei! Hey! Tja, er macht das wirklich ziemlich gut im Alleingang. Also, wo ist der blaue Oni? Hey, don't even think about running. It's me, Arataki Ito, descendant of the Crimson Oni. Hm. I know who you are. From the day we are born, every blue Oni knows their purpose. We all know our fate is one of self-sacrifice. But what about the Crimson Oni, hm? You don't know anything about us. Not our miserable history, or any of our names. Mine's Takuya, by the way. But you don't even care, do you? Because those who get sacrificed should be forgotten, right? No, you're wrong. I never knew the blue Oni had survived to this day, and the moment I found out, I was determined that I would find you. Since you remember the pact between our two factions, I assume you also remember the pride we share as Oni. So my question is, how could a proud Oni like yourself go and abuse the weak and plunder the innocent? Why break the oath that our kind swore all those years ago? Huh? What's so funny? Who are you to talk about pride and oaths with me? The blue Oni gave up everything, just so the crimson Oni could live peacefully in human society. But let me ask you, Arataki Ito, what exactly do you contribute to human society? You're a blundering fool who can't hold down a real job, a laughingstock of the town, and worse still, you let them get your vision during the vision hunt decree. Protecting the Oni pride? Huh, you wouldn't know how if you tried. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on, none of that stuff's a big deal. I mean, you're really hanging me out to dry here, man. Since when do you care what other people think? You just do whatever you want. It's not like anyone can stop you. But do you have any idea of the kind of life my kin and I have lived while you've been hanging around in human society? We were cut off from the rest of the world. We severed all contact with it. And since then, we've had no place to live, no stable source of food, no clothing, no medicine, nothing. Besides the oath we swore to uphold in our so-called Oni pride, we had nothing. So that's why you joined a band of thieves? That's right. Why should I accept that life? Is holding fast to a worthless oath supposed to help me provide for my family and friends? I've abandoned our Oni pride. It's meaningless. I want to live. I've given everything that I've stolen from humans to my community. What I've taken will at least keep them from starving and ease their pain. That's what matters most to me. So solltest aber nicht so extrem handeln. Yeah. And besides, the blue Oni sacrificed themselves so that Oni could be accepted as part of human society. If people see Oni causing trouble again, then that'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made. Hm. You make a good point. But Arataki Ito is the one who needs to get that into his thick skull. The blue Oni are the bad guys, so we're expected to do bad things. Our actions won't tarnish the reputation of the Crimson Oni. Unless, of course, this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself, completely destroying the trust between humans and the Crimson Oni in the process. He's the one that wasted the sacrifice we made. Huh? I only had to do that because of you. I couldn't just stand back and let the Tenryo Commission drag you away. You should get your priorities straight. The blue Oni are history, alright? Forget about us. The Crimson Oni are the ones who must live on. Why couldn't you have just stayed out of this? There they are. Seize them! Oh no! It's the Tenryo Commission! Forget it! This was a waste of time anyway. Look, I don't expect you to understand me, but you could at least take a look in the mirror sometime. Hey! Hey! He got away! Uh-oh! We need to get out of here too! Kind of time. We can't get caught here. Looks like I'm up to bat. Just wait here and we'll escape together when the time is right. Whatever you do, don't attack any of the Tenryo Commission and they'll be after you too. Okay, dann laufen wir einfach weg. Who goes there? Get them! Warte mal, wir müssen die Kommissare der Tenryo-Verwaltung besiegen. and we'll escape. Come on, man! He won't get away this time. Just give yourself up Tja, nicht übel. Er ist wirklich ein ziemlich starker Kämpfer. Es ist besser, wenn ich die Dinge mit ihnen kläre. Es ist besser, mit ihm zu Mann. Dann, was soll wir tun? Die Tenryo-Kommission wird dich verraten! Keine Wahl, aber zu lassen, die Tenryo-Büste! Hey, Boss! Oh, ihr habt viel Spaß ohne uns? Granny Oni sendt uns. Wir sind hier, um eine Hand zu geben. Vielleicht können wir ihn nicht nehmen, aber wir können ihn schlafen. Jetzt ist deine Chance! Geh! Geh! Hey, ich sagte, dass du hier rauskommst! Na gut, wir sind jetzt. Komm schon, es ist kein Zeitpunkt! Geh! Geh! Geh, was du musst, Boss! All right, dann. Seid ihr euch. Als ich fertig bin, bin ich zurückgekommen. Komm schon, ihr zwei. Zeit, los! Geh! Nehmen sie weg! After sie! Hey, ihr wollt ein bisschen? Es ist viel zu gehen! Geh, Boss! Als Boss der Arataki-Gang, von meinen eigenen Jungs fühlt sich... ziemlich humiliating. Ich versuche, dass ich nicht zu lassen, Jungs. All right. Wir haben ein paar Vorstellungen zu folgen. Wir finden uns Takuya. Es war wirklich toll, was sie gemacht haben. Es war ein paar Jungs nicht mehr von einem Gang. Hey, es braucht Mora, um eine Gang zu gehen, okay? Sie sind alle, ich habe für jetzt. Huh. Ist es nur ich, oder... gibt es mehr und mehr Vorstellungen hier? Zumindest wissen wir, dass wir den richtigen Weg gehen. Mal schauen, was anderes wir hinterher finden können. Ah, ein Rettkart und ein paar Geräte. Schau dich, wir haben eine Firma. Okay, dann müssen wir... Ah, nicht schon wieder. Immer mal wieder dieses unnötige Knetter hier. Huh. 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 Ich hätte eine Frage, bevor wir hineingehen. Verstehst du Takuya wirklich? Da wäre ich mir jetzt eigentlich nicht so sicher. Na, das beruhigt mich nun. Dann wollen wir mal losgehen. Rein in die Höhle des Onis. Versteckt der Landstreicher. Für Landstreicher. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen falsch an. Nach einer Verfolgung gesagt haben du und Ito das Runenversteckt erreicht. Nur wenn du die vor dir liegenden Hindernisse überwindest, kannst du das Missverständnis zwischen dem roten und dem blauen Oni klären. Aufklären. Dann legen wir mal los. Unsere Gruppe scheint, er sagt, ist ja nicht auf Level 80, aber trotzdem bereit für einen ordentlichen Kampf gegen ein paar Samurai. Vielleicht ja sogar auch noch gegen irgendwas anderes. Man weiß es ja nicht so genau, was uns jetzt hier in diesem Dungeon erwartet. Also ich muss wirklich sagen, die Stärke, die Superstärke eines Onis. Ist schon ziemlich beeindruckend. Wie viele Stairs sind da? Wir können nicht aufhören, wenn wir sie nicht erreichen können. Kein Problem. Das ist das für dieses Mechanismus. Es bewegt! Es bewegt! Okay, wir sparen uns am besten mal die Stärke von Itto ein bisschen auf. Es bewegt! Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Nur vertraue meinen Instinkten. Vertraue einfach meinen Instinkt! Vertraue einfach meinen Instinkt! Dann fallen wir schon irgendwie in den Abgrund. So kann man das Ganze natürlich aussehen! Okay, so ist das Ganze jetzt also hier gedacht. Zuerst die Leiter hier. Dann haben wir jetzt einen Rückweg erstellt. Der uns dann den weiteren Weg erhält. Aber erstmal wieder ein bisschen regenerieren. Ansonsten werden wir mal wieder in den Abgrund fliegen. Let's get down to business! Gather! There is no escape! Ich werde mit dem Schuss ausfangen werden. Dann sind wir los. Der ist nicht so schwer. Aber nicht so schwer. Tja, wieder mal nicht übel. Und nicht mehr allzu lang, dann haben wir auch den nächsten Abenteuerrang erhalten. Aber was sollte er jetzt diese Samurai-Statue? Schwer zu sagen, ob die jetzt was Besonderes zu bedeuten hatte. Okay, das schien jetzt bloß ein Geheimgang zu sein für diese Kiste. Also wir scheinen uns aktuell wirklich auf dem richtigen Weg zu befinden. Es gibt hier auch einige Fallen. Hey, nicht übel. Du befreist alle Leute aus dem Kerker mit der Superkraft des Roten Oni. Dankt ihm, nicht uns. Warum haben sie so viele Menschen verhaftet? Oder besser gesagt, eingesperrt? These vagrants haben sie so viele Leute. Ich verstehe nicht. Ich verstehe was, was er zu tun hat. Es gibt ein paar Sachen, die er braucht zu schaden, in seinem Kopf und ich bin hier für ihn in die richtige Richtung. Ich bin froh, das zu hören. Ich bin froh. Er ist glücklich, dass eine Familie wie du hast. Keine Angst. Es wird in meine Begegnung. Ich werde ihm sehen die Licht. Na gut, jetzt müssen wir allerdings noch eine weitere Schlacht hier schlagen. Vorausgesetzt natürlich, wir fallen jetzt gleich nicht im Abgrund. Das ist der Ort. Der Jig ist auf. Surrender während du kannst. Kommt durch! How's das? Ah! 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 Das war ja wirklich ziemlich einfach mit ihm. Auch das ist selbstzerstörerisch. Ich habe mich sicher, dass ich eine Wegbewegung habe. Aber die Restia, du bist sehr tief in die Ruhe. Du hast du Spaß. Jetzt ist es vorbei. Oh, mein Paper Charm? Wo ist mein Paper Charm? Entschuldigung, bist du für das? Ja, das ist... Aber wenn du... Ich habe es früher zu verhindern, um zu machen, was du zu tun. Warum, du... Und jetzt werden Sie mich verletzen? Du bist ein zu sprechen. Was über die ganzen Leute hier? Wenn du mich fragen, das ist, dass du bereits verletzen hast, nicht? Ja, gib es hier! Du bist ein zu sprechen? Du bist ein zu sprechen? Great. Ich bin zu hören! Ja! 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 Du bist gut, Takuya. Du bist in der Zeit. Du bist in der Zeit. Du bist weg von mir! Huh? Ich habe gesagt, du bist weg oder ich werde das Paper Charm. Hey! Okay, okay. Okay, fine. Just calm down. What are you doing? Just because I won't let him blow this place to bits, doesn't mean that I won't do it myself. Unless you want to get buried, you should leave this place now! Take everyone here and get out! You won't go through with it. If you were that cruel, then why bother protecting every person you've come across? Huh? I'm not here to reason with you. Go! Just get out of here! This sacrifice is mine to make. Mine alone! Why couldn't you just stay out of it? No one needs to sacrifice themselves. Alright, then you tell me. What am I supposed to do? I've tarnished our Oni pride and abandoned our ancestors' oath. Only sacrifice can restore my pride now. I chose this path so I could provide for my fellow Oni. I was ready to die from the very beginning. This is between us blue Oni! But you... If it wasn't for you, everything would have worked out perfectly! They're here! We won't let them slip away this time! Uh-oh! There's nowhere else to run! A Tenryo Commission! I'm the one you're looking for! I did it! I'm behind everything! Our Taki Ito is innocent! You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? I'm sure you can tell who the criminal is here! Huh? It's like he's trying to reenact the fairy tale! Sacrificing himself for the Crimson Oni! Ignore him! He doesn't know what he's talking about! It's me you've been looking for and here I am! How are you ever gonna report back without capturing me? Ugh! Stop fooling around, Ito! Listen, Takuya! Sacrificing yourself won't solve anything! Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni! And giving up your life isn't gonna make theirs any longer! Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself! Listen to me! You wanna be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out! Don't let your sacrifice stain our Oni pride! The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years, so let's give them a new beginning! We've made mistakes, but we can make up for them! Fate hasn't been kind to the Oni? Well then let's tear it up and start over! But before any of that can happen, you need to get yourself behind me and forget about all that self-sacrifice stuff! Now let's go, but we're not done talking about this! Takuya! 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 I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them! What? Hey, I got this! Come on! Forget about me! Just go! It's what I deserve! Yes! Ah, shut up, would ya? Ah, shut up, would ya? Ah! Da hat man jetzt auch erstmal wieder die ordentliche Superkraft des roten Oni gesehen! Und wir lassen natürlich kein Oni hier zurück! Und wie kommt jetzt der Abschluss der Geschichte zustande? Huh! We managed to save everyone! But... What about Ito and Takuya? Haiman hopes they're alright! Wenn Ito es sagt! Oh! Look! It's Ito and Takuya! Sie haben überlebt! That's gonna hurt tomorrow! Ugh! What's up with the looks on your faces? I said we'd be okay, didn't I? I'm sure I'd be looking a whole lot sharper right now if it wasn't for that brutal bean attack of yours earlier! Zum Glück ist alles in Ordnung! Why? Why would you do this for me? I'm the guilty one here! I don't deserve this! Because we're Oni! That's why! We share the same blood brother! Our parents and their parents before them never taught us that it was okay to abandon family in need! I just wish you'd come to find me sooner! If you knew about me all along then you should have come and asked me for help! I never would have dreamed of turning you away! The blue Oni disappeared so that they wouldn't bring trouble to the Crimson Oni! If I came to you for help, wouldn't that just undo everything the blue Oni have done? Not to me! I've always respected the blue Oni for their sacrifice! Nothing they did was in vain! It's only because of them that we have survived to see today! And built a world where Oni and humans can live side by side! Honestly, everything that I have now, I owe to the blue Oni! And let me tell you, the Inazuma of today wouldn't see you as a villain just because of the color of your horns! You say all that, but... In spite of everything, you're barely getting by! That's just how I roll, man! You remember the pack, don't you? We're not supposed to suck up to the humans! We're supposed to earn their respect! Every member of the Arataki Gangs had a tough time trying to fit in! Take Akira for example, he snores like you wouldn't believe! Er, Genta, he's got a serious temper problem! And Mamoru, well, he's colorblind! Even Granny Oni, she got that name for taking me in as a kid! We're all rejects and outcasts in some way, but we don't care! You wanna talk about pride? Well, in our gang, we're proud to welcome anyone who's been through adversity with open arms! But... I... Ah, don't worry! The Arataki Gang's already a bunch of misfits! You really think you could cramp our style? We've dealt with the Kairagi and the people they took captive. I assume the two of you are finished talking. Takia, based on the findings of our investigation, I hereby announce that you are officially under arrest for forceful seizure of people and property. Please, do not attempt to resist! All stolen articles will be reclaimed. That means we'll be seizing all the goods you passed on to your kin. No! Please don't! Without those goods, they'll... It's alright, Takuya. Those goods never belong to us anyway. Don't worry. I'll help take care of your kin. Now that I know the situation, I'll personally make sure they never suffer again. Might want to put your grand plans on hold there. You're under arrest too, for numerous assaults on the Tenryo Commission officers. Oh! I guess I forgot about that. But no worries, I'll put my gang on the case. My boys will take good care of the Blue Oni. Yeah, we've already arrested them too. Oh, right, yeah. Dann eben die Oma. That's what they get for resisting the Tenryo Commission. Yeah, I guess it's up to you then, Traveler. Could you be a pal and tell Granny Oni about the Blue Oni situation? Ich werde hingehen. Thanks. And thanks for sticking with me to the end. Once I'm out of the slammer, I'll find a way to make it all up to you. As for you two, lending them your aid when you knew full well they were in the wrong, means that the culpability extends to you too. But given your unique circumstances and in light of the complexity of this case, we won't press charges this time. Sorry for the trouble. Hey, wait. Unique circumstances? Are these guys like a big deal or something? Nein, nichts besonderes. Oh, yeah. Okay. Cool, 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 cool. Because I was going to say, you know, like, I'm kind of a big deal myself, you know? Yeah, alright. See you next time. Whenever that'll be. Ach, sieh mal an. Da sind ja die beiden Oni Kabuto wieder. Blau und Rot. Ah, jetzt verstehe ich erstmal, dass das Ganze ja was mit den Onis zu tun hatte. Na gut, dann erzählen wir jetzt erstmal... Dann erzählen wir jetzt erstmal Oma Oni, was geschehen ist. Und danach... Ja, wird dann erst dieser Legendenauftrag, der erste Akt, dann auch vorbei sein. Da haben wir wirklich was Gutes mal wieder gemacht. Ich brauche nicht ein Umbrella, aber du kannst einen, wenn du es brauchst. Okay, es dauert zwar jetzt natürlich ein klitzekleines bisschen... Ach, sieh mal an. Diesen Samurai hatten wir vor einer halben Ewigkeit mal angesprochen, als wir hier in Inazuma waren. Und natürlich den Schrein haben wir ja sogar auch ange... angequatscht. Und jetzt ist da eine Kiste. Und da unten ist eine Wasserbarriere. Sehr interessant. Du erzählst Oma Oni alles, was dir auf deinem Weg passiert ist. Ja, das klingt wie mein Ito. So... Sie haben sie weggebracht, Uncle Ito? Ja, sie haben. Aber nicht zu schrecklich, Daisuke. Wir werden wiederholfen ihn wiedersehen. Er und seine Familie vielleicht haben sich verletzt, aber es ist, dass er noch hat uns geholfen. Ja, ich wusste es! Uncle Ito hat uns geholfen, und er ist großartig! Jetzt nicht zu verstehen, Daisuke. Es ist ein Far Cry von Awesome. Er hat noch viel Probleme für viele Leute. Wenn du mich fragen hast, ich würde sagen, er ist wie das kleine Oni Kabuto, die Kinder spielen mit der Zeit. Er hat ein Kindheit. Er ist nicht ein Delinquent, aber er wird niemals zurückkommen. Ich weiß nicht, aber es klingt wie ein Kompliment. Ich kann nicht warten, für meine nächste Beato-Fight mit Uncle Ito. Danke, Granny, für unsere kleine Junge. Ich hoffe, dass Ito und seine Freunde so schnell wie möglich werden. Ja, du musst dich nicht schmerzen. Die Officials in der Tenryo-Kommission werden sicherlich kürzische Juden. Es ist Zeit, wir beginnen zu gehen. Wir werden sicher wieder zurückkommen. Wir werden sicher wieder zurückkommen. Ah, ich bin froh, dass alles in der Ende geschlossen wurde. Dinge waren ziemlich schwer, aber jetzt die Zukunft sieht so schön. Wunderbar, wunderschön. Und wie die Blüten, einfach sie zu mir. Wenn es eine Sache gibt, eine alte Gräni, wie ich selbst, kann machen, ist es für andere. Du brauchst unsere Hilfe? Nein, nein. Es geht weiter. Ich bin sicher, dass du andere Abenteuer hast. Außerdem, wenn es Ito gibt, er wird hier, um mir zu helfen. Und das ist Amazon? Oh, ja. Und du weißt, was? Ich denke, das ist das, was er liebbar ist. Nicht wahr? Haha. Er macht alles, was er machte. Er ist ehrlich, wunderschön, und entscheidend. Als ich ihn zurückgebracht habe, jeder dachte, dass ich mich sehr ungewöhnisch war. Sie haben angefangen, mich als Granny Oni. Aber ich bin niemals schuldig von diesem Namen. Auf der anderen Seite, ich bin ziemlich stolz davon. Weil Ito ist meine Hoffnung und Glück. A lange, lange Zeit, in einer Stadt verloren zu Zeit, da war ein Crimson Oni und ein Blue Oni. Sie waren die besten Freunde. Die Crimson Oni wollte mit den Menschen, also die Blue Oni spielen die Rolle der Naughty Kid. Und dann ist er weg. Und dann ist er weg. Nach einem lange Zeit, der Crimson Oni war glücklich mit den Menschen. Aber in seinem Herz, er wollte den Blue Oni zurückbringen. Der Crimson Oni nicht wusste, wo den Blue Oni finden. Er hat ihn auf die höchste und über die höchste und über die höchste riechen. Er hat viele Träste von der Blue Oni gefunden. Aber die mehr er hat ihn gefunden, die clearer er wurde. Die Blue Oni war auf der Grunde. Er hat ihn auf der Grunde. wie die Blue Oni hat einmal getan, die Crimson Oni hat ihn eine Liste. Dear Al, ich habe viele Menschen Freunde und ich will eine große Party für alle. Ich will alle meine Freunde dort sein. Das bedeutet, Sie auch, Al. Wenn Sie nicht mögen mich, Sie können nur aus der Nähe. Die Blue Oni schlug zurück in die Stadt und in den Schatten. Er sahen die große Feast und die Feuer und lief zu sein. Aber als seine Stomach rumbled, die Blue Oni erinnert die Oath von Olde und erinnert seine Distanz. Er hat sich in den Schatten. 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 Hey! Du bist endlich zurück. Komm schon. Ich werde dich in den Schatten. Es ist Zeit, dass alle meinen besten Freund haben. Jedenfalls haben wir jetzt einiges an Urgestein mal wieder. Nicht gerade sehr viel. Aber vielleicht bringt es ja irgendwas. Nein, bringt also nichts. Also warten wir dann einfach nochmal ab, bis wir dann ein bisschen mehr Urgestein mal wieder haben. Und somit sage ich dann an der Stelle auch mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao Bis dann und ciao.